Und... An welche Richtung gehen wir? In welche Richtung gehen wir? Es ist wieder eher PartyCakes da. Hast du eigentlich das neue Video angeguckt, Party? Also, ihr wisst schon, dass die eigentlich hier für Eisenbahnen gedacht waren und nicht zum Laufen, ne? Ja, weiß ich. Wie, das neue Video? Wie, das neue Video, hä? Ja, das war Space Engine, das Video. Aber das ist ja auch schon wieder Tag alt. Achso, ne, das... Ähm... Ne, das hab ich mir tatsächlich noch nicht angeguckt. Klingt ab das, was wir verbrochen haben, deswegen. Naja, ich hab's mir tatsächlich noch nicht angeguckt. Achso, das... Du meinst, äh, Mifis Zauberküche, ja? Mhm. Ja, das muss ich mir auch noch angucken. Boah, du Scheiße, finde ich. Ich gehe mal Mifis abholen, aufsitzen. Wir sind geradeaus meiner gegangen. Ja, wir haben das Stimme an. Jetzt warte doch mal. Waaah. So, äh, bam. Oh. Geräusch, 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 geräusch. Ah, gut, das ist ne... ne... lohe. Das ist ruhig. Leute, bleibt zusammen, bitte. Den letzten beißen diese Jampis. Und außerdem, wir... Was bringt uns die Festung? Wir müssen raus, wenn wir... Müssen wir eh hoch. Irgendwo, wo's offen ist, müssen wir vielleicht hin, oder? Ja. Müssen wir wieder zurück und hier hinten lang. Dann kommen wir auch raus. Nein, der Stein hatte den Effekt auch. Ehrheit Blatter, es bringt null, wenn du einfach... einfach wegfliegst. Ich bin doch... Wo bin ich gerade? Ja, du bist Vollgas rausgeflogen. Blatzer bringt uns jetzt mal zu einer Bastion. Müssen wir aufsitzen. Ja. Brubbel, 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 setz dich jetzt auf, sonst sind wir weg. Ne, stimmt, da hinten... Los geht. Da können wir Knochen mitnehmen. Tolle Kraft voraus, Blatzer. Knochen. Was, das war's? Sind wir schon da? Ja. Ne. Können wir den selben Seam hier nochmal? Mhm. Oh. Das hat's mir hier abgeworfen. Mich auch. Wie die Wälder. Da ist verpeilt. Einer kann das Ding nur zusammenstecken. Haben wir eigentlich Seelen-Sand? Ja, das haben wir alles. Da vorne ist auch noch was. Irgendwo krägt ihn da oben. Was? Oh, sorry. Diese alle... Weiß auch nicht. Wir werden... Wir werden abgeworfen. Äh, gut. Aua. So. Hiha? Joa, hiha. Du sagst es. Yeah. So. Wo geht's hin? Wo geht's hin? Joa, einfach weiter, genau. Hätte ich auch gesagt. Du machst ein Pfeil im Oberschenkel stecken. Hat sich jemand die Koordinaten gemerkt? Ne. Minimap regelt. Minimap. Achso, egal. Was siehst du? Ne, ich lüge. Ich sehe gar nichts mehr, wenn ich weiter weg bin. Weiß? Ja, die Höhe. Ist ja auch noch wichtig. Hier, stopp. Äh, Koordinaten. Warte kurz, bevor du weiter rennst. Da. Äh, 80. 80 minus 90. Ja. Posten. Achso. Oder auch mal. Ah, egal. So, hinter dir ist noch was Platz mehr. Achso, zum Ausrollen. So. Und ich meine, wir müssen jetzt hier nicht... Obwohl, wenn wir es haben, haben wir es, ne? Ist ja nicht so. Ich liebe das Geräusch. Ja, das ist cool. Ich bin ganz oben, oder? Da habe ich Verteidigungstor hier ganz brav. Mhm. Ja, Verteidigungstor. So. Oh ja, da vorne ist immer was. Bin ich wieder runtergefallen. Nö, ich hab's nicht abgemorfen. Oh Mann, oh. Keine Ahnung, wo Party ist. Da drüben. Nein, Platzer, noch nicht weg. Ich seh Parallel dahinter uns. Äh. Äh, wie schaut's auf? Verteidigungsturm? Tut's ja auch mal? Ja, das Verteidigungsturm kann ich machen, wenn du immer so läufst, dass der Verteidigungsturm keine Chance hat. Yeah. Verteidigung. Wir müssen Pill noch mitnehmen. Verdammt. Ich bin noch hier hinten. Verluste gibt's immer. Wo ist dieses komische Blubberblasen-Pi? Ich seh's nicht. Ja, es ist der Renderdissenshaus. Ich hasse es, wenn das... Das ist aber auch nur im Meter so blöd, ne? Mit dem Gas. Ja. Ich steige auf. Steige auf. Bin aufgestanden. Echt vorne ist der Engo, gell? Gute Frage. Aua. Vielleicht nicht. Mich nicht töten wäre geil. So. Oh. 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 Da ist alles. Wo seid ihr hin? Mhm. Da. Ja. Oh. Wo kann ich das? Nee. Nicht aufsetzen. Achso. Wir laufen jetzt mal zusammen, weil hier drin stirbt man nur. Da müssen wir in die andere Richtung. Nö, nö, nö. Doch davon da sind wir ja gekommen. Da hat's leider so recht. Oh. Oh. Da ist er falsch. Super. Danke. Wir können ja... Trotzdem ein Zeug entnehmen. Da sind wir schon mal irgendwie. Oh. Was sollen wir denn hier mitnehmen? Achso. Nee. Ich hab jetzt nur, äh, weil ich da gerade, äh, äh, Quarz hatte. Das hatte ich schon mitgenommen, weil da sind wir ja... Also hier sind wir wieder offen. Das heißt, wir können ja wieder... blazen. Soll ich hier... Ja. Blue? Ja, ja. Ist doch. Hm. Hm. Easy. Hm. Wow. Wow. Wurzel haben wir hier schrocken. Halleluja. Und er ist wieder gegangen. Was happened? Haha. Spiel den seinem Song nochmal. So. Ja. Habt gar nicht genug davon von dem Song. Wenn man sitzt, brauch man voll lange mit dem Abbauen, ne? Hm, von mir, ne? Ist sicher Blaserschuld. schuld. Ja, ähm. So, komm. So, äh. Äh, wir könnten mal das hier probieren. Mhm. Ich würde euch empfehlen, jetzt nicht abzusteigen oder irgendeine Taste zu drücken. Bin, glaube ich, sicherer, wenn ich hier runter in die Lava falle, als auf Blasen zu drücken. Oh, scheiße. Das ist eine Taste, die ich drücken muss und hier sterbt es alle und dann bist du schuld dran, ne? Okay. Proben kann man. So. Blatzer, das wirst du ja auch gekriegt haben, oder? Au. Ja, das tat weh. Nein, ich hab nichts gekriegt. Im Chat? Welchen Chat? Achso, okay. Flieg. Flieg und Sieg. Hm, vielleicht war man der eh schon, das weiß man ja nicht so genau. Weil eine war relativ in der Nähe. Hä? Yeah. Du suchst die Richtung, kann das sein? Ich hab die Richtung. Achso. Da unten durch, ja. Weezel. Oder was? Was? Ja, okay, noch schon das, okay. Oh, ich hab teilweise Framerate-Einstürze, das ist. Ja, ich merk's auch. Es ruckelt, ganz schön. Ja, jetzt schon wieder, da ist schon wieder geruckelt. Immer wieder, das lädt. Ich glaube, das Internet spielt bei mir auch noch eine Rolle. Ja, mich mal bei dir. Jetzt machen wir grad, gehen sie dahin zurück, wo sie hergekommen sind, oder? Mhm. Mhm. Naja. Oder? Doch, ich will schon. Da hinten ist die Festung, ja. Genau. Ich muss in die Richtung. Ja, passt doch alles gut. Oh, scheiße. Kappeln. Absolut unproblematisch. Sie haben Bier hat euch. Boah. Sitzt du nicht mehr auf, oder irgendwas? Wieso? Ich sitze doch doch fast auf. Achso, du schießt. Das meintest du. Batscht den einen nur eine. Scheiße, das war voll daneben. Ich hab halt extreme Lags zwei drüber und das macht's schwer. Ja, ja, okay. Ich auch. Ich auch beim Fliegen, deswegen bitte. Ich versuche immer so schnell wie möglich aus dieser Situation, wo man stirbt, rauszukommen. Also ich mach das eigentlich nicht mit Absicht. Was wir machen können ist, wenn du mal stehen bleibst, könnte den Server ganz schnell wie starten. Ja, warte, 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 wir sind nicht gleich da. Hm. Ja, weil so... also, ja. Jetzt wird's kurz wie tun? Puh. Ja, ich seh's. Oh. Das kann natürlich sein, dass wir in der schon... Nee, das war Gold. Da ist noch Gold, ja. Aber du bist ja noch nicht... Achso, ich dachte, die Welt gründlich. Äh, mein Fehler. Boah. Weg vom Verteidigungstreu. Passt auf, dass ihr da nicht in irgendwelche Löcher fahrt. Hm. So, die Räume, machen wir da drüben erst mal die Unterkünfte von denen? Nee, erst Restart wurde doch gesagt. Ach, stimmt, ja, ja. Ja, gut. Du musst kurz mal probieren. So, ja. Da ist er wieder. Ja, jetzt sollte es ruhiger laufen. Würde ich auch behofft haben. Scha-schauen wir mal. So, also erst Unterkünftis? Hat jemand was zum rüberbauen oder so? Oh. Oh, Scampi, flieg, 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 flieg. Ja, 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 ja. Einmal rausgetappt und ich höre, dass im Hintergrund ich ein Schwein abbekomme. Ach du Kacke. Das war nicht... Man ist im Neta nicht AFK, das ist... Ja, 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 ja. Nichts ungelernt, ne? Nichts ungelernt. Ach so. Das ist man nicht, ne? Wohlab, wohlab hat's da auch mal gemacht. So. Okay. Rüberbauen. Irgendjemand hat bestimmt Zeug, oder? Richtig nicht. Hätte ich. Aber ich hab auch einfach einen Elytra, mit dem ich da rüberkommen kann, nachdem er das geht. Warte. Ich hab das scheiß Schwein da gerade gewöhnt. Nein, ich bin in ein Loch gefallen. Das ist schlecht, du. Jetzt muss die Fahrung an? Ja. Gesund. Oh, die kommen. Die schweichen so am Arschblasen. Ja, das ist natürlich... Oh, wir machen hier Bad Balls-Strategien. Das ist gut. Sehr gut. Oh, das hat nicht gereicht. Gerade. Ja, da kommen wir dann. Sehr gut. Oh. Sorry. Komm schon der nächste. Ach so, das sind nur kleine Borns. Yeah, Loot. Oh, ich hab Netalit gefunden. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Oh. Sehr gut. Will pick. Oh, das ist ein bisschen ein Template. Bede Vorlage. Den... Ich würd mir kurz noch die Feiche in der Klauen. Ja, das ist der Schrank. Soulspeed ist gut. Nee, Soulspeed ist gut. Das brauchen wir für die Delfin-Tourne, dann sind die noch schneller. Ich würd die... vielleicht die Kisten auch ein wenig machen, dass man das hier wirklich als gelootet... Dann pack ich da einfach immer einen Netalit-Block drauf und... Weil... ich will ja nicht die Leer haben, weil da ist teilweise nur Schock drin. Ähm... So, Kisten mit Netalit raus sind gelootet. Mhm. Nicht... Sie haben hier denn schon vor? Nein, Sie haben hier bei euch da eine Treppe hin, wo der Bruch kommen würde. So. Ähm... was machen wir jetzt? Gehen wir runter? Okay. Äh, können wir nicht... ist da oben nicht auch noch was drauf? Das weiß ich jetzt nicht. Weil hier unten ist auch noch was drin, aber da oben ist auch noch was drauf, ganz sicher. Ja. Und unten ist was drin, oben was drauf. Oder du, oder du? Ja, wenn ihr unten rüberkommt, können wir gucken, aber... was macht ihr grad? Drun... ich... äh... ich... 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 ich geh grad nach unten. Also... oder wollte man... Ach, das ist hier ein Netalbe. Achso. Naja, gerade drüben runtergehen, deswegen hab ich noch erhört. So. Hier ist's nicht. Oh, Kisten mit Kirit. Naja. Das findet man hier öfter, hä? Naja, hier ist gar nichts. Ich glaub hier jetzt auch immer. Ähm, es gibt hier Geheimen, versteckte... Goldblöcke. Wie weit bist du denn runtergelaufen? Ja... runter. Einfach runter. Ja gut, geheime Goldblöcke, die sind mir relativ egal. Mir geht's mehr um... ... das andere Zeug. Wie geil sind die eigentlich nicht? Die sind hier irgendwo drin, aber ich weiß nicht mehr, wo. Die Speedrunner, die schnappen sie hier immer alle, aber... Hm, sind wir ja nicht, sind wir ja nicht. Vielleicht hier irgendwo? Na komm, hier suchen wir raus. So... Da ist Lava. Ah, ist die Kacke. Wie weit geht's hier denn runter? Da ist Lava. Okay, hier wollte ich nicht her. Ja, dann können wir glaub ich hoch, oder? Ja. Ja, ist alles gedutet. Alles gedutet? Ja, ich war auf der anderen Seite, die es gibt, also ist alles... ... erledigt. Okay. Hat das Ding hier aber schon ausgerollt? Ja, ist alles ausgerollt. Oder hier? Das ist eigentlich fast ein neues Suchen, oder? Wenn wir nur noch die zwei Goldblöcke hier haben. Ich werd hier nie wieder rauskommen. Sei froh. Sei froh. Sei froh. Ist da unten zufälligerweise ein Spawner? Wissen wir das? Wissen wir das? Wissen wir eigentlich, oder? Wie, ich weiß es eben nicht. Eigentlich... Wo seid ihr? Äh, in dem Hauptding... In dem... Hast du nicht mehr in der... Nee, woher hast du ja... Also wir sind nur am Eingang unten. Wo ist Lou? Also... Naja, du hast gesagt, du bist immer weiter nach unten. Also bin ich allen Treppen gefolgt, die ich gefunden habe. Ich bin irgendwo im... Keine Ahnung. Und? Dann kommen wir da hoch. Dann kommen wir da hoch. Ich glaub ich weiß, wo sie ist. Also wird... Irgendwo... Da wahrscheinlich den Gang runtergegangen sein, wo wir sind... Äh, vorhin waren. Ich hab grad hier nen Name-Take gesehen. Ja, ja, ja. Bleibt mal schön, Luisa. Aber... Der bleibt stehen. Da. Ich hab sie. Okay. Ich komm wieder hoch. War eh schon der richtige Weg. Blöd, dass es hier keine Treppen gibt, ne? Ja. Das sind doch Treppen gewesen. Ja, teilweise. Aber nicht immer. Ist ja ne Ruine. Und eigentlich müsste ja dann unten ein Spawner sein. Kannst du mal ausprobieren? Ich würd' Schritt für Schritt halt runter... Ups. Wir sind halt auch überall noch Kisten, ne? Also... Oh, ich hab eine mit der Stücke vorne und Seelenläufe. Oh, die haben ein Problem. Er ist jetzt bin ich, glaub ich, tot. Ja. Äh... Das ist jetzt, glaub ich, schlecht, ne? Ach, den Tag. Wie war... Ich komm hinterher. Ach, das wird ja wahrscheinlich nix. Äh... Wie komm ich jetzt am besten zu euch? Äh... Wir haben Ersatz-Elyt drin. Im... Im... Eure Toilettenlager. Okay. Komm da nicht rüber. So, wie schaut's... Uuuh. Dann müsst ihr dir, glaub ich, mal kurz für die Altebs da einsammeln. Weil sind sie direkt... Entfoten. Da sind halt grad irgendwie 6, 7 Volley Speckern-Goods rauskürpft. Ich dachte, es bin ein anderer ausgerollt. Ja, für mich sieht's auch grade nicht so los. Feuerresistenz, sehr gut. Gut, dass ich mir einen mitgenommen hab. Hier unten ist Siampys Axt. Also Teile sind das Lava-Fallen nicht zu weit bisher. Aber... Wollen wir mal Wasser? Wie gesagt, das ist jetzt ja nicht... Und ja, hier unten ist ein Spawner. Das heißt, das ist gut, weil das ist ja eigentlich nicht weit weg von uns. Hör doch auf zu springen, wenn ich schieß. Ich hab hier noch ein bisschen was von deiner Rüstung. Also, und deine Axt hab ich auch aufgesammelt. Ich hör hier überall Schweinis. Ich bin halt... Pass auf, dass du nicht runterfällst, weil sonst... Hast du ein Problem. Irgendjemand muss mal diesen Spawner da rausschalten. Ich versuch's besser. Ich versuch halt eher die Items und die Scheifern so zu lenken. Okay, pass. Ist gut. Kämpf mich vor. Jetzt geh ich auch schon. So, mal snaggen. Danke, gib mir mal Rückendeckung-Blass. Blass. Nur die. Bin schon da. Achso. Das war nicht bereits Nubi, weil das Oli war. Ja, wäre gut, aber... So. Licht ist dran. Ich dürfte also nicht mehr... Nichts mehr spawnen. Autsch. Decke hab ich abgebaut. Das war nicht schön. So. So. Und stärkt alle langsam. Mit Dornen. Mit Dornen. Woher wäre es? Das würde ich sagen. Sie haben es da. Ja, leider. Wissen wir. Ich muss gleich gucken, was ich mal von deinem Zeug aufgesammelt hab. Ach. Ja, also ein, zwei Sachen, die sich ein, zwei in die Lage treten. Aber das ist... Na gut, das lässt sich ja... Leider... Naja, selber schuld. Aber das lässt sich nicht vermeiden, das ist klar. So. Okay, es spawnt trotzdem immer noch was. Ich hab keine Frage mehr, um das zu verstehen. Ich glaub hier bin ich recht sicher. Ja. Ja. Ja, wo war alles? Ja, ganz in der Mitte. Direkt bei der... Ganz in der Mitte bei der Truhe. Warte, ich muss schnell schauen, ob ich hier Baublöcke dabei hab. Ja, hab ich. Ich hab leider keine. Hab was? Hm. Bitte da... Ich bin nicht mehr auf dem Server, ich bin schnell gelieft. Ja, aber welcher will was denn drin? Wenn ich's jetzt oben im Block wegmach, drück der dich dann runter, oder? Ja, drück mich runter. Bitte die unteren zwei oder unteren drei Blöcke. Hm. War schwierig. Ähm. Weißt du, wie Disconnect-Litchen funktioniert? Nein. Okay. Äh, ein paar DDS. Schalker-Bucks kann ich einsammeln. Also grundsätzlich, wenn du auf einem Server joinst, hast du ja zwei Sachen. Ein paar Sekunden Schadensimmunität. Und so kannst du dich da theoretisch da rein nach aus dem Loch rausschwimmen. Aber... Also die ersten paar Sekunden dürfte gar nichts passieren. Ah ja, du bist drunter. Okay, warte. Ähm. Party, hast du ein Picker? Ein was? Eine Picker. Äh, eine Spitzer. Ein Spitzer? Ja, hab ich. Sag mir bitte welchen Block. Äh, hier mal in der Mitte. Blasen erst direkt unter uns. Da können wir irgendwie eine Treppe bauen oder sowas. Da es da im besten Fall keine Lava mehr ist. Ja, das ist halt die Frage, wie lang, wie weit da kein Lava mehr sein soll. Also jetzt grad hängen Blasen in den Blöcken drin, also ich glaub das geht nicht. Okay. So. Soll ich's nochmal probieren? Warte kurz, warte kurz. Ja, warte. Ist noch dran. Ja. Ja. Geht doch. Sehr schön. Äh, Siampi, ich hab noch... Ich leg dir mal Zeug von dir hier rein, ne? Noch was? Vielleicht willst du noch was zum Schnabelieren auch? Äh, Essen hab ich dabei. Äh, ist gut. So, was wir mal sichern könnten... Äh, ich hab ne Endertruhe mit tatsächlich. Okay. Also wenn hier irgendjemand jetzt was sichern will, dann ab rein damit. Ja, also meine Picke ist halt weg, das ruf. Ja gut. Das kann ich leider nicht, nicht beeinflussen. Keine Schweine ist gut. Keine Schweine ist okay. So, ein Schwert haben wir. Äh, hallo. Ich hab halt keine Ahnung. Ich hab halt keine Ahnung, ich tue euch mal gucken. Hallo. So. Also, das mit dem Ausleuchten, da geht dir, geht anscheinend nicht so gut. Ähm, musst du nicht eins aus jeder Richtung da dran? Weiß ich nicht. Komm mal rein. Ja. Dann... Versuchbar. Gegens. Ah, mit der Spitze an oder so? Ähm, ich hab keine Fackeln. So. Ne, gut. So. Jetzt sterb doch. Oh, ich hasse ihn nicht. Kannst du über Fackeln geben? Äh... Ja, kann ich. Oh, du müsstest mal das Gold abbauen, das kann ich nämlich selber nicht. So. Du hast recht, wir haben das immer. So. Okay. Die Schalker nicht vergessen. Du musst ganz ruhig und still in der Hoffnung, dass sie keiner findet. Ja, ich bin... Doch, doch. Ich beobachte euch. Ich guck auf euch runter. Ey, ich kann fassen. Äh, da oben liegt noch was. Ich hab gerade wie eine Ciampi in Lava ist. Ciampi. Da oben liegt dein Schwert. Oh, was wäre? Wo ist das? Wo ist hier oben? Warte. Ich flieg hoch. So. Oder war das so du? Oh! Hallo! Oh nein, jetzt hab ich mein Schwert runtergefallen. Du bist runtergefallen. Lebst du noch? Ja, ja, ich hab Feuerschutztrank. Das geht schon. Hallo! Ist ja dann weg. Hat das jetzt... So richtig funktioniert hat's immer noch nicht, ne? Nee, es reicht immer noch nicht. Ist, ist egal. Äh, versuchen wir mal weiter durchzugehen und noch Trum zu finden. Aber... Das ist schon. Dann sind so... Hier sind glaube ich keine Trum mehr. Hier sind nämlich nur zwei und beide hab ich gelootet. Pfff. Meinst du denn im Ganzen... Das ist im Ganzen... Das ist im Ganzen... Das ist im Ganzen... Das ist im Komplex. Hier sind drei insgesamt. Hier ganz unten, die Haupt. Und an den Wänden zwei. Das bist du dir sicher. Hast du das gegoogelt, oder? Ja, hab ich gegoogelt. Okay, dann... Haben wir... Haben wir den fertig. Ja, raus hier, bevor hier noch irgendeine noch mal stirbt. Warte. Kann ich hier oben jemanden abholen? Ja. Oh, Soul Speed ist natürlich jetzt weg. Das ist natürlich doof. Ja. Ich wollte einen Tag sehen, weil meine Leute hat nicht mehr viel. Ja, ich komm nochmal runter. Eieiei. Das ist schwierig hier. Bis... Danke. Ultimatives Verteidigungs-Aua. Ultimatives Verteidigungs-Aua. Ja, wir können absteigen. Wäre vielleicht gut. So. Aufpassen, wir sind hier auf einem sehr schmalen... Auf einem sehr schmalen Grad. Hm? Wir haben alle... So. Böööööö. Ne, wem da. Gehen wir nicht raus? Okay. Ich glaube, über uns ist dann die Decke, wenn es wir nicht täuschen. So dass ein Kick. Wenn's, würde dann nicht gehen. Toll. Kann man auch fahren. Okay. Wie geht die Party ab? Hier. Stick runter. Schweini. Oh nein. Schweini. Puh. Aus hier, ich hasse den NETA. Okay. Was waren noch mal die Koordinaten? 80. 80, 80. Ja. Äh, 80 minus 90, sorry. Oh, das ist eh gleich ums Eck eigentlich. Ja. Also relativ ums Eck. Ja, ich würde sagen, nur eigentlich auch tatsächlich. Uff. Ne, das liegt echt am Messe. Vielleicht mag der ja den Verteidigungsform nicht. Das kann auch sein. Ja, das ist eh schon der Gang, Kunzi. Ja, aber man kommt ja nicht rein. Ne, da kommt man nicht rein, das richtig. Äh, gut, ich hab ne Behutsamkeit, Spitzhack, also... Ich auch. Äh, bitte aber auf das Dinger. Ich nicht. Mit mir. So. So. Big, sehr am Pifle. Yeah. Yeah. Erster. Ach du schräg schräg Slash Kick. Na, wonach Flo? Doch nur ein Folgenausflug. Aber egal. Gott, zwei Dank weil du wolltest ja um den NETA. So, und jetzt gehen wir Hundis holen. Ja, jetzt hätten wir ja Knochen. Warum wird das schwierig? Ja, weil sie jetzt erstmal die Lütter aufrüsten geht. Also jetzt komme ich hier gar nicht. Wobei ihr könnt nicht mittragen, das geht. Ja gut, jetzt beim... Bei die Viecher ist ja nicht so schlimm. Also da brauchst du ja jetzt nicht zwangsläufig rein, ne? Wir müssen aber mitlaufen. Sag ich da schon. Das kann ich ansortieren, das... Knochenblöcke... Nehme ich mal mit. Weil die brauchen wir ja im Grunde. Das kommt zusammen, das kommt da rein. Achso, eh nicht, wo steht der denn da? Die können die irgendwie eh nehmen. Ich bring mal die Sättel ins... In den Stall, die ich kommt ab. Oh nein! Ah! Kann man nur Knochenmehl... Kann man nur Knochenmehl... Shit. Wir krieg... Wir kriegen da keine Knochen drau... raus. Aus... Äh... Knochen meinst du? Aus Knochenblöcken. Kriegt man da nur Knochenmehl? Ja. Ja. So rupf und zitter Scheiß... Ach Gott. Dann waren wir jetzt ganz so Knochenmehl. Ne, wir haben ja... Die Best-Stars-Knochenmehl. Wow. So... So... Das ist natürlich... Nicht so geil. Wie gesagt, ich hab 36 Knochenmehl. Ja gut, ich meine, damit kriegt man schon ein bisschen was, ne? Das ist jetzt nicht so, dass die... Wir müssen heute nachts die Skelette töten. Richtig. Also ich seh das jetzt auch nicht so als Problem an, ehrlich gesagt. So, jeder ein Hund, Mifi zwei. Mhm. Ich hab ja schon... Also eine hier... Diese eine Farbe hab ich ja schon, ne, Lu? Das hast du gesehen, oder? Ne, hab ich nicht. Zuhause? Wenn du mal nach Hause kommst? So. Skelette schon mal getrüft? Ja. Wo ist's Hund? Hier in der Küche. In der... Ah, in Braun. Und ich hab ja diesen ganz normalen weißen. Eben. Eben. Zwei haben wir ja schon von... Neun. Ich glaub. Juhu. Äh, wo treffen wir uns? Da. Genau da. Mhm. Genau da und nirgendwo anders? Ja. Auf dem Markt. Danke, dass da gerade spezifiziert wurde.